ja servus leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen folge ls 19 auf der bindelbach wir haben in der letzten folge noch geschwadet und die heuballen gepresst sind einige heuballen umgekommen wir wollen jetzt eben schnell den ballenwagen holen oder zumindest einen nicht heute einen holen einer sollte eigentlich dafür reichen wenn wir holen und dann werden wir gucken dass wir hier natürlich die heuballen aufladen und verfrachten und zu den schafen bringen haben wir ja schon überliegen wie ihr wisst und die kommen dann auch dazu da haben wir ein paar auf lager hatte habe ich jetzt in forsch im hals oder was was habe ich jetzt im hals sorry so einmal ab zu den schafen dann wollen wir gucken dass wir die heuballen verladen guck mal eben wie es den schaffen geht sollten den sollte es eigentlich relativ gut gehen gucken aber trotzdem deckt man nach ob sie irgendwas brauchen sieht gut aus sieht gut aus leute kann man sich nicht beschweren so dann nehmen wir mal den beiden waren mir mit sollte eigentlich reichen eigentlich sollte er reichen so wollen wir zurück zum hof da holen wir nach den den frontlader mit dem ballen spieß geht es ans aufladen der heuballen und dreht sich um das aufladen der heuballen ist auf jeden fall eine ganz schöne arbeit vor allem bei rundballen schafft nicht jeder zumindest mit frontlader ich mache den frontlader von daher die wiese wäre cool zu haben die wiese wäre cool zu haben muss man gucken wie viel die kostet finde ich eine coole sache diese wiese ok haben wir jetzt hier über den hof relativ kleiner hof alter schwede ist wirklich ein relativ kleiner hof aber in ordnung so ja ich würde sagen wir laden die beiden hier auf dann werden wir das gewicht mal hinten dran pappen so da haben wir den frontlader dann sollte das eigentlich passen haben wir den frontlader noch besorgen ich gucke jetzt trotzdem mal wie viel die wiese hier kostet das müsste eigentlich hier sein 116.000 alter schwede ok 116.000 das ist natürlich eine ganze menge können wir uns nicht mal eben so leisten aber es ist eine richtig schöne große fläche leute vor allem da wenn da wir jetzt im prinzip erstmal hoi bein genug haben könnten wir die wiese mähen und dann normal normalen ackerboden draus machen das könnten wir machen aber mit 43.000 kommen wir da leider nicht weit das ist leider so da kommen wir dann nicht mit weit haben wir eigentlich andere flächen müssen wir gucken müssen wir gucken ich weiß nicht mehr wir hatten ja schon eine längere pause gemacht aber jetzt sind wir wieder täglich hier auf der bindelbach unterwegs von daher schauen wir einfach mal lassen wir uns überraschen wir machen das jetzt einmal mit dem heulbein fertig eine sache nach der anderen dann sollte das passen so erster heulbein ist aufgespießt können wir jetzt aufladen schon eine herausforderung hier an der steillage aber sollte auch gehen und leute ganz ehrlich sagt euch eins je mehr ihr übt die erfahrt ihr sowas macht umso besser könnt ihr es dann das gefällt mir nicht ich bin eigentlich wirklich der perfektionist drin ich will das ordentlich hinkriegen ich glaube sogar ordentlicher als der bauer selber aber ich meine wir wollen ja auch unseren spaß haben und ich habe meinen spaß dabei wenn es ordentlich aussieht wenn die ballen wirklich ordentlich verlahnt sind na na das gefällt mir nicht der hat sich der bahnwagen noch mal ein stück gedreht na ja jetzt nicht so einfach wie ihr denkt das ist einfach wie ihr denkt von daher ich möchte das wirklich perfekt haben pop 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 ja Brian liegt schon perfekt aber zu weit draußen ein Stückchen da rein dann reicht das so gefällt mir das leute so gefällt mir ist wenn wir direkt mal anbinden damit auch nichts mehr rollen kann so jetzt mit dem ball noch hier liegt hier gerade einsam und alleine haben immer aufspießen und dann auch eben schnell mit aufladen können wir hier in lagen kein problem so geht ihr zack fertig erste ballen dauert etwas aber danach die ballen die gehen eigentlich relativ fix das ist die sache das ist die sache leute die erste ballen dauert aber danach geht es eigentlich relativ fix wenn man es dann kann dann gibt es eigentlich auch keine probleme man muss es nur einfach mal versuchen und sich zeit lassen dabei dann ist das eigentlich relativ easy auch hier mit rundbein an steillager so sehr schön leute sehr schön sieht ja gut aus sieht doch gut aus leute so wenn da drum dann kann auch nichts mehr rollen perfekt perfekt leute so eine nächste ballen dann haben wir das schon fast fertig wir noch 1 2 3 4 ballen also insgesamt 8 heuballen 8 heuballen leute ich hätte mit 3 geschätzt da seht ihr mal wie ich mich da tun kann das ist schon heftig das ist schon heftig der reicht der reicht leute der reicht so perfekt so perfekt nächste ballen ihr seht das ist relativ leicht geht leicht von der hand einmal ordentlich rein fahren weil nur sichern dass er nicht runter flutschen kann dann passt das eigentlich kann mir eigentlich relativ gut mit waren und den ballen aufladen an geeigneter stelle machen wir durch dann bin wir da hinten ab so perfekt so nächster ballen da haben wir das sogar fast in jeder folge geschafft wir schaffen das sogar noch ich mache die folge ein paar minuten länger das ist ja denke ich mal kein problem oder und dann müssen wir gucken was wir in der nächsten folge machen ich würde sagen auf jeden fall rüber zu den scharfen mit den heuballen können wir da gucken dass wir das einmal abladen vielleicht sogar in der timelapse mal wieder würde ich vielleicht mal machen schön wie wir die ballen da abladen wäre eine möglichkeit woher gesagt machen wir doch mal öfters eine timelapse kann ich machen kein problem wenn ich die zeit dafür habe mache ich das doch gerne dann mache ich das doch wirklich wirklich gerne so wie gesagt heute man kennt aber ich denke morgen können wir mal eine timelapse einlegen da wollte nicht zu gucken wie ich hier 15 minuten lang die beiden abgeladen dann können wir ein bisschen mehr geschafft in der folge irgendwie eine folge ein bisschen mehr geschafft so damit drauf dann den letzten ballen haben wir sogar acht ballen in einer folge fertig gekriegt mit ballen wagen holen und allem also wie ihr seht das geht eigentlich relativ zügig wenn man übung hat dann geht es selbst mit rundballen hier ist das eigentlich kein problem aber drauf legen perfekt ein bisschen aus der mitte sollte reichen das sollte reichen heute wenn auch festgurten passt das so leute das war es mit dem ballen aufladen heubann aufladen wir werden jetzt in der nächsten folge noch mal schnell düngen dann die ballen weg fahren und zu den schafen und dann dort einlagern ganze haufen heubann haben wir hier jetzt zur verfügung ich mach es mal so danke euch auf jeden fall fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja gerne abonnieren und gerne liken leute ihr wisst ich freue mich über jedes abo und jeden like und auch natürlich über jeden kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis dahin servus bis dahin